Anteil der Altersrenten mit Abschlägen im Jahr 2022 wieder angestiegen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Rund ein Viertel aller neuen Altersrenten im Jahr 2022 sind mit Abschlägen belegt. Das zeigen die Statistiken der deutschen Rentenversicherung. Der Anteil der Neurentner, die in einem vorzeitigen Ruhestand gehen, also vor der Regelaltersgrenze in Ruhestand gehen, ist 2022 wieder oder erneut gestiegen. Rund 875.000 Menschen sind im Jahr 2022 in eine Altersrente gegangen. Der größte Anteil davon war die Regelaltersrente, aber rund 223.500 Altersrenten waren davon oder sind davon mit Abschlägen belegt. Das entspricht einem Anteil von 25,6 Prozent, also 223.500 zu 875.000 Altersrenten gesamt sind 25,6 Prozent. Im Jahr 2021 waren es noch 211.000 Altersrenten, die mit Abschlägen belegt waren. Also wir reden hier von den Altersrenten für langjährig Versicherte und Altersrenten für schwerbehinderte Menschen, die vorzeitig in Anspruch genommen worden sind. Im Jahr 2012 lag der Anteil noch bei gut 257.000 vorzeitigen Renten mit Abschlägen. Da hatten wir aber nur 651.000 Neurentner. Wir haben hingegen im Jahr 2022 875.000 Neurentner. Im Jahr 2021 waren es 858.000 Neurentner. Das heißt also, die Zahl der Neurentner geht peu a peu nach oben. Das heißt, die Babyboomer kommen so ganz langsam. Die durchschnittliche Dauer des Abschlags oder die durchschnittliche Dauer der abschlagsbehafteten Zeiträume beträgt im Jahr 2022 29 Monate. Das sind zwei Jahre und fünf Kalendermonate, die Rentenbeziehende sozusagen in Kauf genommen haben im Vergleich zur entsprechenden Regelaltersgrenze oder der Altersgrenze bei abschlagsfreiem Beginn einer Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Die Höhe der durchschnittlichen Nettorente betrug bei den Ruheständlerinnen und Ruheständlern im Jahr 2022 bei Renten mit Abschlag rund 1146 Euro netto. Eine wirklich extrem niedrige Rentenzahl oder ein extrem niedrigerer Rentenzahlbetrag. Wenn man sich das mal in Toto anschaut, reicht das hinten und vorne nicht aus, um ein Leben in Deutschland in Würde zu organisieren. Meine Damen und Herren, die Hauptursache für den seit 2019 wieder ansteigenden Anteil der gekürzten Renten dürfte hingegen klar sein. Und zwar ist das die gestiegene Regelaltersgrenze. Denn abschlagsfrei kann ich ja nach aktueller Rechtslage erst mit 45 Jahren Wartezeit in Rente gehen. Also die Altersrente für besonders langjährig Versicherte oder aber ich muss dann halt eben die Altersgrenzen erreichen für eine Altersrente für schwerbehinderte Menschen, in die man ja auch abschlagsfrei gehen kann. Also meine Damen und Herren, das ist sozusagen mal eine Hausnummer. 200, 23.500 Menschen sind im Jahr 2022 mit Abschlägen in eine Altersrente gegangen. Ich finde, eine Zahl, die uns doch sehr zu denken geben sollte. Aber ich gehe mal davon aus, die Zahl derer, die im Jahr 2023, 2024 mit Abschlägen in Rente geht, wird dann nochmal deutlich steigen. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.